Gute Morgen wieder, normalerweise nehme ich meine Brülle ab, aber gerade nicht, du hast ja nur eine Hand am Lenker. Hast du Hilfe? Nein, passt, aber mega nett. Du brauchst keine Hilfe. Wir sind heute hier in Biel, am Rob's 40. Geburtstag. Er ist zwar schon im Moment her, aber egal. Heute ist hier ein bisschen Grupper-Ride. Wir haben das geilste Wetter. Oh, hier sind viele Leute. Hinter mir sind ein paar. Hier vorne sind ein paar. Und gehen jetzt mal die Mucklinge anschauen. Da war ich noch nie. Ich bin gespannt. Wird sicher geil. Wir bleiben auf jeden Fall dabei. Peace. Pferdeutena aus Florenz Maier. Pferdeutena. Das Pferdeutena. Das Pferdeutena. Das Pferdeutena. Ich sehe schon den ersten H aspirations. Das Pferdeutena. Das Pferdeutena. Einen ersten Häusern. in den Wald raus und sind jetzt etwas getrampelt was ich nicht so geil gefunden habe was mir aber nicht schadet aber sehr geil verspielt etwas nass jetzt sind wir noch etwas am Atmen vom Gegenanstieg so, wieder gehts da und jetzt nach sind wir mit dem Thema jetzt sehe ich nicht wenn etwas kommt der Biker schüttelt schon dann kommt das mit dem hier ist hier hier Oh Gott Mega cool Trail hier. Sehr sehr nice. Nicht Schwieriges, aber es läuft etwas. Nur meine Bremse tönt irgendwie extrem grusig. Warum auch immer, sind neue Belege drin. Ja! Weniger jähm. So, meine Lieblingsdisziplin nach dem uphill auf der Strasse runterrollen. Sabrina mit einer fantastischen Aussicht im Hintergrund. Das ist aber einer am Filmen. Hallo Darren, ich bin auch am Filmen. Wir filmen mit Sandro, oder? Ja. So, hier ist Sandro mit seinem neuen Norco in Front. Oh nein, wieder Trampler. Ein bisschen Abstand, sonst sehe ich noch nicht was kommt. Ein schöner Moment. So Sachen kann ich gerne. So, das war jetzt die Falschlinie. Ja, nice. Sehr cooler Trail. Ich versuche natürlich an diesen einzufügen, wenn ich ihn auf den Trail Forks finde. Oh, ein Baumstamm. Fast mit den Pedalen hängen. So, da gibt es verschiedene Wege. So, das ist sehr eng. So ein Pedalen-Killer. Aber cool. Dort wäre auch einer runtergegangen. Es gibt anscheinend ganz viele verschiedene Lines. Jetzt kommen wir alle am gleichen Ort raus. Wow. Ich fahre nur dir noch. Ja, ich fahre dir noch. Ich hoffe, Sabrina hat da eine gute Wahl. Es läuft drin, immer so eine Sache. Ich weiss nicht, was drunter ist. Uah, längst. Ich habe aus dem Baumstamm gesehen. Canyon Style. Jetzt rechts auch eine Line. Weisst du, wo wir sind? Ja, wir sind da runter. Oh, geil. Ja. So, jetzt haben wir wieder einen Trail gefunden. Ich habe ein wenig Abstand lassen. Ein Stiefel ist im Front. Okay. Okay. Mach, mach, mach. Zwischendinnen ist es wieder nass und rutschig. Und dann wird immer mega schön getrocknet. Aber irgendwie ist es mit dem Sattel nicht umgesetzt. Da kommt man nicht so draus, was der Grip macht. Ganz ehrlich bin ich. Und Pneur. Wenn du einfach mal noch Hunde wechseln. Neue genommen brauchst. Kannst du den da holen. Oder wie Sabrina sagt. Kann man auch. Hahaha. Als Wenzel brauchen. Wow. Wow. So geil. So. Hoppla. Nächste. Sektion. Schön. Abstand lassen. Ein wenig probieren. Zumindest. Nice. Warte, warte, warte. So. 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 Sie laufen. Okay. Nicht ohne hier. Selbst zum Laufen. Das sind geile Trails, aber hier unten der Ausstieg wäre sicher fahrbar für die Rutschung. Oh, alles gut. Zuerst nicht sicher, ob das Hinterrad auch mitkommt. Aber es sieht gut aus, es ist scheisse auf den Pedalen. Für das wäre schon geil mit Klicken, aber sonst muss ich das einfach nicht haben. In jedem Fall sind wir ein sehr schöner Boden da. Aber keine Ahnung, was uns da wartet. Da ist Stau. Eine rechte Rutschung, es ist zwar trocken, aber es rutscht. Was ist denn da zum Fahren? Aber es geht auch, oder? Ja, es geht schon, aber es ist so. Sagen wir mal, wie ist es? Ok, aber es ist eine Rollbar. Oh, 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 oh! Shot! Shot! Wäre es so safe gewesen und einfach so ein Scheiss! Geil! Ist es wirklich. Aber ich habe mich auch geidraut zum Fahren. Ja, super! oh steil, ich weiss nicht, es kommt auf die Kamera sicher nicht anhand rüber aber es ist schon heftig steil hier nehmen wir ah wie geil ein kleines gelände ja nur ein bisschen aber Sabrina, wir wollen mal Zeit um zurück zu schauen ob ich blinke du blinkst schon fest Achtung Stein, Achtung Fuss den Helm kannst du zumachen bist du Trailwalker? das kannst du flicken im Fall, du musst es nicht weg rühren so, mal schauen wie lange wir hier fahren das war jetzt gleich ein bisschen heavy section wenn das Hinterrad macht was es will hier hinten das ist recht rutschig lustigerweise, ich weiss, wir haben das immer geämmert und geämmert wegen zu nass wow fuck me fuck me wie du hast du hast du hast